Hä? Da komm ich nicht hoch. Äh, dieses Auto, das ist so schlimm. Holy shit. Mann, 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 Mann. Wir tun unser Bestes, um mit ihm mitzuhören. Oh. Oh. Nein, was ist das denn hier? Oh. Anhalten, das ist dein Befehl. Vorsicht. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Oh. Ey, jetzt ist das Auto so kaputt, jetzt können wir uns auch fahren. Oh, scheiße. Wir haben ihn. Ich kann für nichts garantieren. Haben Sie rechts ran? Ich hab grad schon wieder drei Zivilisten getötet. Ich glaub, ich werde wahnsinnig hier. Oh. Ach. Sieh rein. Achtung. Ja, ein Unfall. LF schickt den Notar. Es gibt Verletzte. Wir haben auch nicht gleichzeitig gerammt hier. Alter. Also. Ah, das Auto ist gleich gern Schrott. Dieses Auto. Stopp. Sofort. Ne, das ist nichts im Landpoller. Das Poller gehen hoch. Nein. Achtung leer. Ich mach mal nicht die Polar hochgefahren. Boah. Mission gescheitert. Fahrzeug zerstört. Ja. Das war doch klar. Machen wir noch mal. Machen wir noch mal den ganzen Schrott hier. Jetzt ist es auch noch grün. Warum hab ich los? Diese Mission. So. Schön langsam und vorsichtig fahren. An alle Einheiten. Luftunterstützung ist unterwegs. Oh. Ja, danke. Das habt ihr überholfen. Komm schon. Anhalten. Ich wiederhole. Halten sie an. Nennen die Position für ein besseres Schussfeld. Ne, bis sie nicht. Ne, bis sie nicht. Geben sie auf. Anhalten. Geben sie auf. Er kommt auf uns zu. Sehr wachsitzvoll von ihm. Fahren sie sofort ran. Oh. Blockade. Das ist ja mal eine Blockade. Die war ja mal super. Wir sehen mal nördlich von eurer Polizei. Oh. Oh. Da ist doch hell. Hesitkommt. Okay. Und jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. So. Schön gemütlich hier. Bisschen rumcruisen. Hier vorne seh ich schon. Die Markierung auf der Minimap Das wo man nicht nur kommen muss Kontrollieren Tunnelkontrolle Das wollen wir jetzt nicht So Ich seh nichts mehr wegen dem Rauch Nervig Wo muss ich denn die Karre jetzt hinbringen Muss ich nach da bringen Jetzt will ich wieder zurückfahren Das könnte ich schaffen aber Gut Ja Toll Ich hab das Auto zwar dahingeschafft Aber das war ja der Schrott So die Karre ist hin Und schon fachgeld geplündert So Hab ich schon wieder einen Typen tot gefahren? Ah Ich mach aber auch mal Dinge So jetzt bin ich noch da Scheiße Ja Dieses Auto ist ja mal der Wahnsinn Das letzte war Viel zu schnell Und das hier ist jetzt Vollkommen untermotorisiert Nein Ich mach jetzt nicht Ich hab wieder einen Gangversteck Die Stadt tauchen ungewöhnliche Graffitis auf Unser Technikexperte bei WKZ Hält sie für Barcodes Die technikbegeisterten Bürgern Einzigartige Inhalte liefern sollen Wenn sie auf Abenteuer aus sind Dann achten sie auf diese seltsamen Symbole Okay So dann machen wir mal hier die Docks Immer wieder dieses Autofahren Oh fuck Ich weiß noch gar nicht wie die Gruppe funktioniert hier im Auto Und ob die überhaupt was bringt Naja Kann ich nicht die Bild fahren? Ja Habe ich beide eingetötet? Nein Bin ich das gut? Ja Ich muss echt aufhören Menschen zu töten hier Also wenn man mich schon im Radio als Terrorist bezeichnet Wobei ich mich frage Woher haben die Ähm Was? Das ist ja berichtliche Ware Achso Äh Woher haben die meinen Namen? Also Das ist mir jetzt ein Rätsel Hier wurde einer von Damien angeheuert Robert Racine Ich fange mit dem Besitzer an Und arbeite mich nach unten Bleib cool Nicht den Kopf verliert Gut Schon wieder ein Sperrbezirk hier Ja Wo könnte ich denn hier gut einsteigen? Okay Hier ist nix Da vorne ist eine Wache Die guckt uns auch so ein bisschen an Aber Die kann uns erstmal ganz egal sein Gucken wir mal was hier auf dieser Seite ist Ich frage mich warum da ein Stückchen Zaun fehlt Gewerkschaftsstreik hier Gut Vielleicht hilft uns das ja ein bisschen Ja ich lasse das Spellgebietbetreter Ähm Wurde mal ob ich hier irgendwie eine Wache sehe So unten ist eine Wache Schalten wir erstmal die aus Okay Jetzt habe ich ganz viel mehr Wachen Die gab es vorher alle noch nicht Problem ist ich sehe gerade absolut gar keinen Einer öffnet sich unter mir Da läuft einer rum Ach guck schon Scheiß drauf Mann Er ist weg Haltet die Augen auf Sag es den anderen Okay Gut So können wir das natürlich auch machen Muss ja im Prinzip nur seinen Zugangskraut Kriegen Wie auch immer ich den kriegen soll Wo ist denn hier einer Ja Der hat keinen Zugang Aufzug? Sonst sehe ich hier gerade keinen. Wie kann ich denn hier runterkommen? Das hilft mir jetzt nicht so, ich dachte, damit könnte ich vielleicht ein bisschen höher. Ich dachte, ich könnte springen, nein, springen gibt es nicht. Alter, die Sonne. Der flasht mich ja ganz weg. Munition, Munition, Munition. Was? Okay. Hallo, was wollen wir das denn sonst bringen jetzt hier? Ich bin schon wieder massiv verwirrt. Jetzt mal hochfahren. Na komm. Alter. Okay. Gut. das ist eine treppe, die nehme ich mal heute habe ich es aber auch mit Kopfschüssen das steht hier doch irgendwie direkt neben mir gefühlt wir geben dir Deckel und die Vereinung findet ihn